Hallo und willkommen zu einem Video aus der Reihe zum neuen Beleg- und Vergabeverfahren. In diesem Video geht es darum, wie die Veranstaltungsplätze vergeben werden, nachdem ihr eure Belegungswünsche in StudiPort eingetragen habt. Dazu schauen wir uns noch mal an, wie die Situation eigentlich nach der Belegphase aussieht. Während der Belegphase geht es ja darum, in Teilmodulen, hier zum Beispiel unser Teilmodul Tierwelt im Antarktis, Plätze in Lehrveranstaltungen zu belegen. In unserem Fall hier haben wir drei Lehrveranstaltungen, die diesem Teilmodul zugeordnet sind, Pinguin, Wal und Grill, und eine aus diesen drei Veranstaltungen muss belegt werden, um dieses Teilmodul abzuschließen. Während der Belegphase können also Studierende hier ihre Wünsche angeben. Wir haben hier mal drei Studierende, so dass wir diesen Stand, den ihr jetzt seht, nach der Belegphase hätten. Der Junge und das Mädchen hier zum Beispiel interessieren sich am meisten für Pinguine, haben deswegen ihre höchste Priorität, die Priorität 1, bei der Lehrveranstaltung Pinguin, abgegeben. Das höhere Semester interessiert sich mehr für Wale, hat deswegen seine höchste Priorität bei der Lehrveranstaltung Wal abgegeben. Der Junge hat dann für die anderen beiden Lehrveranstaltungen jeweils die Priorität 2, also die zweithöchste, zweitbeste, zweithöchste Priorität abgegeben. Ebenso das ältere Semester und das Mädchen interessiert sich so gar nicht für Grill, würde das nur im äußersten Notfall nehmen wollen, hat deswegen die Priorität 3 vergeben und bei Wahl eine Priorität 2 gesetzt. Was passiert jetzt mit diesen Belegungswünschen während der Vergabephase? Das Erste, was passiert, ist, wenn dieses Teilmodul zur Vergabe drankommt, dass eine Reihenfolge der Lehrveranstaltungen festgelegt wird. Das passiert zufällig, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Reihenfolge, die wir hier haben, auch die Reihenfolge ist, die dann bei diesem Losverfahren rausgekommen ist. Was dann passiert während der Vergabe ist, dass durch diese Veranstaltungen jetzt einzeln durchgegangen wird und zwar mehrmals, wie wir jetzt gleich sehen werden. Beim ersten Durchgang, bei der ersten Lehrveranstaltung, Lehrveranstaltung Pinguin, werden alle Studierenden betrachtet, die die höchste Priorität hier abgegeben haben. Das wäre in diesem Fall also der Junge und das Mädchen. Damit das Ganze hier bei der Vergabe jetzt ein bisschen spannend wird, sagen wir, dass jede dieser Veranstaltungen, dass es jeweils immer nur einen Platz gibt. Im ersten Schritt also betrachten wir das Mädchen und den Jungen, die sich beide für Pinguin interessieren. Es gibt nur einen Platz, aber zweimal die höchste Priorität. Wie wird nun entschieden, wer diesen Platz bekommt? Auch das erfolgt jetzt wieder durch ein Losverfahren. Auch hier wird durch ein Losverfahren entschieden, in welche Reihenfolge die einzelnen Studierenden gebracht werden und dann wird diese Liste nacheinander abgearbeitet. Hier nehmen wir es mal an, das Mädchen hat Losglück gehabt. Die Reihenfolge zwischen jungen Mädchen ändert sich also. Das Mädchen steht an erster Stelle, bekommt dadurch diesen Platz in der Lehrveranstaltung Pinguin. Der Junge geht leer aus, weil es keinen Platz mehr gibt. Sodass nach diesem ersten Schritt die Lage so ist, in der Lehrveranstaltung Pinguine bekommt das Mädchen einen Platz und damit ist die Lehrveranstaltung auch schon voll. Junge und älteres Semester haben noch keine Plätze. Der Algorithmus springt jetzt zur nächsten Lehrveranstaltung und auch hier wird erstmal geschaut, wer hat denn hier alles die höchste Priorität abgegeben. Das ist in unserem Fall hier das höhere Semester. Auch hier wird das Ganze in Reihenfolge gebracht, bei einer Anmeldung natürlich ein bisschen witzlos. Also bekommt hier unser höheres Semester den Platz. Im nächsten Schritt springt der Algorithmus jetzt zur nächsten Lehrveranstaltung und auch hier wird im ersten Durchlauf geschaut, wer hat denn die höchste Priorität abgegeben. Das ist in diesem Fall gar keiner, sodass dieser Vergabeschritt quasi leer ist. Dann springt der Algorithmus wieder hoch zur ersten Veranstaltung und würde sich jetzt anschauen, wer hat denn jeweils die zweithöchste Priorität, also Priorität 2 abgegeben. Beziehungsweise, wir haben ja gesehen, die Lehrveranstaltung ist schon völlig ausgebucht, weil der eine Platz vergeben ist. Hier ist also nichts mehr zu tun. Der Algorithmus springt runter zur nächsten Lehrveranstaltung. Wahl, auch die ist schon ausgebucht. Auch hier ist nichts zu tun, springt runter zur Lehrveranstaltung. Grill und schaut hier jetzt nach. Okay, wer hat hier denn die Priorität 2 abgegeben? Das sind erstmal zwei, der Junge und das ältere Semester. Das ältere Semester hat aber schon einen Platz. Fällt also aus der Lotterie auch raus, sodass hier nur noch der Junge betrachtet wird und der bekommt jetzt diesen Platz zugewiesen. Sodass wir hier jetzt am Ende quasi dieses Laufs wären. Alle haben einen Platz bekommen. Der Junge hat nicht die Priorität 1 bekommen, sondern eben einen Platz mit Priorität 2. Das war jetzt so den allereinfachsten Fall eines Vergabeverfahrens, den man sich vorstellen kann. In der Realität wird das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter sein. Zum Beispiel bei der Vergabe der ersten Lehrveranstaltung Pinguin haben wir ja gesagt, das Mädchen hatte Losglück, ist dadurch an die erste Stelle gekommen. Deswegen bekommt sie den Platz. Das ist nicht ganz so einfach, weil der Algorithmus darauf achten wird, dass ihr einen überschneidungsfreien Stundenplan habt. Es wird also noch geprüft, wenn ihr diesen Platz bekommen könnt, ob er auch in euren Stundenplan reinpasst oder ob es Überschneidungen mit bereits zugewiesenen Veranstaltungen gibt. Wenn das der Fall ist, wenn also das Mädchen aus einem vorherigen Teilmodul schon eine Veranstaltung zugewiesen bekommen hat, die sich mit Pinguin überschneidet, dann hätte sie den Platz nicht bekommen, sondern der Platz wäre an den Jungen gegangen, vorausgesetzt der Platz passt dann auch in den Stundenplan des Jungen. Das ist also eine Sache, die das Ganze noch komplexer macht. Das zweite ist, dass Lehrveranstaltungen oft ja an alternativen Terminen angeboten werden. Dass es also zum Beispiel zwei oder sogar mehr Termingruppen gibt, für die ihr ja auch Prioritäten abgeben könnt, dann passiert das Spiel, das wir jetzt gerade gemacht haben, auf beiden Ebenen, auf Ebene der Lehrveranstaltungen und auf Ebene der Termine. Und die tatsächliche Vergabe ergibt sich dann eben aus dem Zusammenspiel dieser beiden Ebenen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr durch dieses einfache Beispiel eine Idee bekommen habt, wie der Algorithmus arbeitet und vor allen Dingen auch eine Idee bekommen habt, welche Auswirkungen das hat, wenn ihr bestimmte Prioritäten setzt. Deswegen zum Abschluss vielleicht noch drei kurze Bemerkungen zu diesen Prioritäten. Das Wichtigste, die oberste Priorität, Priorität 1, die könnt ihr immer nur einmal vergeben. Alle anderen Prioritäten, 2, 3, 4, je nachdem, was euch angeboten wird, alle diese Prioritäten dürft ihr beliebig oft vergeben. Dabei solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass wenn ihr zum Beispiel von der Priorität 2 zur Priorität 3 geht, dass dazwischen immer ein Vergabedurchlauf durch alle Veranstaltungen liegt. Also wenn ich eine Priorität 3 habe, dann wird bei allen Veranstaltungen erstmal geguckt, ob es nicht auch Studierende gibt, die eine Priorität 2 dort angegeben haben. So, ich hoffe, das hilft euch bei der Vergabe der Prioritäten. Und bedanke mich, bedanke mich für das Zuschauen und auf Wiedersehen. die zwischen der heutigen minutos und in巴仁 profound despachrab� gelös sind. Und dann gibt's vid einen Schatz-Land für Geldern. Ich war Heritageinally habe. Vielen Dank.